Piste zum Speicherteich Bei der Stopptafel mit den Wegmarkierungen in einen Linksbogen über die Piste zum Speicherteich hinauf. Piste zum Speicherteich Weg beim großen Windrad vorbei auf dem Speichugel. Piste zum Speicherteich Immer den Schneestangen entlang. Piste zum Speicherteich Die Maria Lankowitzer Wallfahrt Der mit einer Schneestange markiert der höchste Punkt des Speichugels. Weg zum Gipfelkreuz Der mit einer Schneestange markiert der höchste Punkt des Speicherteich Gipfelkreuz mit Gipfelbuch Der mit einer Schneestange markiert der höchste Punkt des Speicherteich Abstiegsvariante links des Windrads ins Tälchen Abstiegsvariante links des Windrads ins Tälchen der mit einer Schneestange markiert der Höchstung des Windrads ins Tälchen Und der mit einer Schneestange markiert der Höchstung des Windrads und die Höchstung des Windrads Der Spur entlang zur Vorstraße. Nun zuerst die Vorstraße entlang. Und dann den kleinen Gegenanstieg. Bei der Stopptafel mit den Wegworkierern schließt sich der Kreis. Der Spur entlang. 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 Der Spur entlang.